hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gta san andreas video ein anruf ich mag rennen cool echt coole sache so und wo sollen die jetzt sein gerade mal gucken da drüben ach ja stimmt da waren die ja gewesen ok verstehe aber bleiben wir erst mal bei der katalina gut dann würde ich sagen fangen wir an hi come on let's go krasser spruch look baby i really need that paper oh my god what in hell name is that this you fucking freak this is a rock i'm gonna start to your no please no you never write to me you don't go you treat me like a fucking course like one of your heart baby please I mean in this shit I'm gonna fuck you oh baby please no please no please baby no out hey oh my god out out that's good faster carter deeper oh yes so schnell angekommen brav ha Wie kann sie das denn sehen? Sie hat mich noch nie eine andere Frau ansehen sehen. Anschauen, ansehen sehen. Ich hoffe, ich bin hier so auf dem richtigen Weg. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. So. So. So, don't take any shit. What the fuck, Wada? Yesem, Miss Catalina Miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. I know where I relax, Zoller. Warum kann ich meine Waffe nicht selber aussuchen? Warum kriege ich immer die Waffe zugewiesen? Das ist doch scheiße, ey. No heroic shit. And you need a hole put in, huh? Oh shit. Shit. Miss you one simple job. Idiota. Attention all units. Society, you can tell me in Oak Creek. Shit. Just bought another donor. Don't criminals have any consideration? We can collect that bride later. Might as well go and take a look. We know you're in there. The game's up. Come on out. Come out. Real peaceable life. Smash the ATMs and get as much as possible. Give up. You're surrounded. Quick. You're having much time. Hä? Die kaputt haben sie nicht. Achso. Verstehe. Wo denn? Boah, ich hasse die Waffe, ganz ehrlich, ne? Wollen wir mal ein bisschen nach eigenen Spielregeln hier spielen. Wofür hab ich die Waffen denn sonst? Ach, schieß doch. Mann. Ich hätte nicht so viel Schaden nehmen müssen, ehrlich. Das weiß ich doch nicht genau. Was ist das in dir? Oh. Wie soll ich denn so mithalten? Ganz ehrlich, ey. Was denken die sich denn? Alles deren Schuld. Das geht doch voll daneben, ey. Brems, 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 brems. Fahr doch! Boah, ich würde sagen, die Mission schlägt viel. Und warum? Wegen diesen scheiß Cops! Hier ist nirgends wo ne Karre! Ach ja, vielleicht den hab ich auch noch, genau. Hier ist kein Auto! Was ist das denn? Schlafen die alle, oder wat? Ich weiß ja auch nicht, ob die das wissen, aber ich bräuchte mal ein Auto. Ich steig ein. War das knapp! Meine Fresse! Fast hätten die mich da rausgezogen. Alles weg. Kein Leben mehr. Keine Rüstung mehr. Das war hart. Karl, du hast viel zu lernen über dieses seines Herz. Komm und sieh mich wieder, wenn du denkst, dass du uns verstehst. Goodbye. Zehntausend. Ja, die waren auch notwendig. Gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie ich. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich darüber sehr freuen. Kommentiert gerne das Video. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, würde ich mich auch über ein Abo nochmal freuen. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann aktiviert doch die Glocke. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Euer Psycult. Ciao. Ciao.